Ganz traditionell wurde der Adventmarkt in der Mödlinger Altstadt mit dem Erleuchten des Rathauses eröffnet. Hinter dieser Beleuchtung steht auch eine ganz besondere Symbolik. Ja, nachdem wir uns jetzt in der dunkelsten Zeit des Jahres befinden, bedeutet natürlich Licht etwas ganz Besonderes. Und das Rathaus mit Licht zu beleuchten, bedeutet auch für Mödling ein Wahrzeichen zu setzen. Und das tun wir auch mit dem Slogan, fahr nicht fort, kauf im Ort. Auch der gemeinnützige Verein Flame of Peace war bei der Eröffnung des Adventmarkts mit einem Stand vertreten. Der Verein macht sich vor allem für die Förderung des Weltfriedens und das Wohl der Menschen stark. Aber ich glaube vielleicht der Kern unserer Organisation ist die Kommunikation. Es ist ein Netzwerk, das sich darauf spezialisiert hat, die Bedürfnisse mit den Gebern immer zu vereinen auf direkten Weg, so dass die maximale Hilfe, die gegeben wird, auch dort wirklich an dem Ziel ankommt. Gerade diese Jahreszeit ist aus mehreren Gründen eine gute Gelegenheit, die Themen von Flame of Peace anzusprechen. In der Weihnachtszeit ist jeder mehr offen dafür. Man geht auf Adventmärkte, auf Weihnachtsmärkte, man unterhält sich, man trifft sich mit Freunden und da ist es wichtig, auch das hinauszutragen. Wir müssen dankbar sein, dass es uns so gut geht. Und wir haben auch die Aufgabe und die Pflicht, sich um andere zu kümmern, denen es vielleicht in diesem Moment nicht so gut geht. Neben dem Adventmarkt in der Altstadt gibt es in Mödling auch noch Evas Christkindlmarkt am Hürtelplatz, das Adveniat in St. Ottmar und den Adventmarkt im Volkskundemuseum. Also man kann eine richtige Adventmeile in Mödling absolvieren und findet das eine, das andere auch kulturell interessante. Und natürlich ist man auch dabei, die eine oder andere Entdeckung in den vielen Geschäften in Mödling zu machen. Der Adventmarkt in der Mödlinger Altstadt hat täglich bis zum 24. Dezember geöffnet und verkürzt einem sicherlich das Warten auf das Weihnachtsfest.